Ach, was sind denn die alle wegen mir hier? Das hat sich vielleicht dieser Waschbär gedacht. Denn was nach einem gemütlichen Bad in der Sonne aussieht, ist ein Rettungseinsatz der Feuerwehr. Der Waschbär hat sich am Wochenende auf diesem Hausdach in Rudersberg in einem Blitzableiter verfangen. Als sich die Retter für den Aufstieg bereit machen, gelingt es dem kleinen Kerl, wohl aufgeschreckt von der herannahenden Leiter, sich mit einem kräftigen Ruck selbst zu befreien. Daraufhin sei er vom Dach gesprungen und in einer Wiese verschwunden.